Was ist die Einladung? Was ist die Einladung? Was Sie möglicherweise aber auch nicht kennen, ist eher so eine Vogelperspektive darauf. Also das möchte ich zuerst machen. Zuerst möchte ich nochmal in eine, also die Besonderheit sozusagen dieser Konstrukt Medienbildung oder auch dieser Forschungshaltung, könnte man sagen, in Erinnerung rufen oder aufzeigen. Und im Anschluss daran fortfahren mit, ja einmal mit einer mediengeschichtlichen Kontextualisierung, denn der Studiengang Mediengeschichte, Medienbildung ist selbst ein Stück oder hat ein großes Stück der jüngeren Mediengeschichte maßgeblich begleitet. Und ist davon natürlich auch in positiver, aber auch in irritierender Weise immer betroffen. Also wenn man gerade Online-Community-Analyse macht und es gibt dann keine mehr, weil es Netzwerke gibt, ist das schon so ein merkwürdiges Phänomen, das man sonst in der Wissenschaft auf diese Weise jedenfalls nicht hat. Und ich möchte dann mit aktuelleren Bezügen enden und daraus ein paar Folgungen ableiten. Also zunächst, wenn man auf die Grundbausteine der Magdeburger Medienbildung schaut, dann ergibt sich eine sehr große Besonderheit im Feld auch gerade erziehungswissenschaftlicher Forschung. Also zunächst gibt es eine sehr starke allgemeinpädagogische Grundlage und die verbindet tatsächlich sehr klassisch Bildungstheorie und Kulturtheorie zunächst mal, wie das eben in vielen Bildungstheorien der Fall ist im Fach Erziehungswissenschaft. Sie verbindet dies aber mit einer Medialitätstheorie und ich gehe nachher ein bisschen, also nicht wirklich viel, aber ein kleines bisschen genauer darauf ein. Aber es ist in dem Sinne nicht einfach nur eine Medienteorie, in dem Sinne, dass etwa über Kommunikationsmedien oder so gesprochen würde, sondern es ist eine Strukturtheorie der Medien. Das heißt, hier gibt es ein neues Element und dieses neue Element ist im Ansatz der Medienbildung konsistent bezogen auf die anderen beiden Bereiche. Das heißt, es gibt eine Medienstrukturtheorie, es gibt aber auch eine Strukturtheorie der Kultur und eine Strukturtheorie der Bildung. Und die sind zwar nicht ganz identisch, diese Strukturen jeweils, aber man hat Kopplungsmöglichkeiten, die eine hohe paradigmatische Konsistenz herstellen. Das zweite Element, und das ist nicht minder wichtig, sind sozialwissenschaftliche Elemente der Medienbildung. Das heißt, sie ist eingebettet in eine sozialwissenschaftliche Gegenwartsdiagnose. Das ist klassischerweise Modernisierungstheorie. Das ist etwas, was in dieser Weise beispielsweise klassische Bildungsphilosophie nicht unbedingt macht, also inzwischen schon auch eher, aber traditionell nicht unbedingt. Sie ist eingebettet in interaktionistische Subjektmodelle, also in Subjektmodelle des symbolischen Interaktionismus und damit auch offen für Beforschbarkeit von interaktionalen Sachverhalten. Und sie ist fokussiert oder orientiert an qualitativ-empirischen Forschungszugängen. Und auch das ist eine Besonderheit. Wenn man schaut, was sich unter dem Paradigma Medienbildung schon in dem bildungstheoretischen Sinne auch versammelt, dann sieht man, dass unter diesen gesammelten Ansätzen, die Winfried Marotzki, ich glaube Norbert Meder, Johannes, warst du auch dabei, bei dem Band Medienbildung, der vor allen Dingen dem Sammelband mit dem Titel Medienbildung, der herauskam, dann sieht man, dass eben nicht alle Ansätze in dieser systematischen Weise auch empirische Forschung anschließen. Und das ist in diesem Fall wesentlich. Wenn man sich das mal anschaut, wie pädagogische Medienforschung klassischerweise aussieht, oder überhaupt Medienforschung, ich werde das aus Zeitgründen jetzt nicht erläutern, aber es geht nur darum, dass da ein leeres Feld ist. Wenn man sich also anschaut, in welchen Logiken jetzt Rezeptionsforschung oder User's Gratification Approach und so weiter funktionieren, dann sieht man, dass die Medienbildung tatsächlich eine Lücke geschlossen hat, die erhebliche Innovationen in den fachlichen Diskurs um Medialität hineingetragen haben. Dieser besondere, mediumorientierte, aber eben sozialwissenschaftlich und kulturwissenschaftlich, kulturtheoretisch unterlegte empirische Zugang, hat dann verschiedene Ausdifferenzierungen erfahren. Also das, was ich als Medialitätstheorie eben angesprochen habe, ist eben nicht eine allgemeine Medialitätstheorie, das wäre auch gar nicht die Aufgabe der Erziehungswissenschaft, sondern eben die der Medienwissenschaften, sondern es sind bereichsspezifische, also gegenstandsbezogene Medientheorien, die sich eben am Gegenstand des Films abarbeiten und dann filmtheoretische Bezüge aufgreifen oder am Gegenstand des Bilds, der Fotografie und dann eben auf beispielsweise Panowski oder eben bildphilosophische Auffragestellungen Bezug nehmen und so weiter. Im Kontext der Entwicklung dieses Paradigmas wurden unterschiedliche bildungstheoretische, strukturanalytische Ansätze entwickelt, die dann tatsächlich auch anwendbar sind eben, und das ist wichtig für das Studium, sonst haben die Studierenden eine Menge von Theorien im Kopf und kriegen dann vielleicht noch einen Methodenkurs, wie das an anderen Unis schon mal auch der Fall sein kann in anderen Studiengängen, wissen aber nicht, wie sie das tatsächlich miteinander verbinden sollen. Das ist hier ein ziemlich großer Unterschied. Also beispielsweise, ich beziehe mich jetzt hier auf das Filmanalyse-Modell, das Winfried Marotzki in Anlehnung an das Filmanalyse-Modell, beziehungsweise an die Filmtheorie, könnte man sagen, den Ansatz von Bordwell und Thompson ja früher entwickelt hatte. Sie sehen, dass das in unterschiedlichen Strukturbereichen ausdifferenziert und ich habe das jetzt nicht ausgeklappt auf den Folien, das ist ziemlich umfangreich. Die, die hier studiert haben, wissen das sehr genau, dass es sehr, sehr viele Strukturpunkte zu beachten gibt, wenn man in diesem Sinne einen Film analysiert. Oder das hier ist jetzt noch eine Originalfolie von Winfried Marotzki, die ich aus einer meiner, also die Sache mit dem Hut und dem Hutziehen, also ein Ritual, das gestern viele in der Fotobox aus vermutlich zu Ehren der Lesart Winfried Marotzkis, der panowskischen Theorie, wo das Hutziehen ja, wie viele von Ihnen wissen, eine besondere Bedeutung hat. Ja, also da sehen Sie jetzt, dass eben eine bestimmte Strukturidee davon, was eigentlich Bildlichkeit ist, da hineingeht. Beispiel aus meinem Arbeitszusammenhang, um auch zu sehen, wie sich das innerhalb, aber vielleicht auch in Grenzbereichen der Medienbildung weiterführt. Das war dann inspiriert eben von diesem strukturanalytischen Ansatz. Versuch, virtuelle Welten strukturanalytisch in so einem Modell erfassbar zu machen. Johannes Fromme und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben das mit digitalen Spielen gemacht, in jüngerer Zeit. Und das ist mein Beispiel, dass es nicht immer nur um Dinge, die innerhalb von Bildschirmen abbildbar sind, gehen muss an dieser Stelle. Arbeite ich mit einem Strukturanalyse-Modell in Bezug auf hybride, materiell, digitale Musikmachtdinge. Also das heißt, dieser Ansatz trägt sehr weit und lässt sich im Prinzip, kann man sagen, auf alles Mögliche beziehen, was sich strukturanalytisch konsistent beschreiben lässt. Man kann es auch auf höheren Ebenen ansiedeln, also skaliert, wenn man so möchte. Das ist jetzt auch nochmal aus eigener Arbeit. Das ist jetzt sowas wie ein noch heuristischer, aber vielleicht irgendwann mal theoretischer Ansatz zu einer erziehungswissenschaftlichen Theorie der Digitalität. Und da sehen Sie jetzt wieder eine Differenzierung, eine analytische Differenzierung in Strukturbereiten, die dann wieder, genau wie das auch in der Medienbildung eben der Fall war, sich interdisziplinär an unterschiedlichen, also beispielsweise an der Netzwerksoziologie oder an Designstudies, an unterschiedlichen interdisziplinären Bezugsfeldern orientiert. Okay, soviel zur Grundanlage und Sie merken in der Eil, in der ich das aber auch darstelle, Sie merken hoffentlich trotzdem, das ist eine sehr, sehr spezifische, eine sehr besondere und eine ziemlich leistungsfähige Grundanlage. Wie hat sie gewirkt? Zunächst mal kann man sagen, innerhalb des Faches hat sie teilweise deutlich gewirkt, auch als Irritation durchaus. Das muss so sein, wenn man mit einem paradigmatisch neuen Ansatz in ein Fachgefüge hineingeht. Und in diesem Fall ist da natürlich die Medienpädagogik das primäre Bezugsfeld. Vielleicht, achso, eins habe ich vergessen noch zu sagen, wenn ich diese Strukturbereiche gerade dargestellt habe, Sie haben alle die Studiengangsinformationen theoretisch jedenfalls vor sich liegen, weil die meisten von Ihnen kennen die Module ohnehin. Wenn Sie da hineinschauen, dann sehen Sie natürlich diese Strukturierungen abgebildet. Ich komme vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Okay, also, im Verhältnis zur Medienpädagogik, die überwiegend traditionell mit kompetenzorientierten Konzepten arbeitete, hat dieser Medienbildungsansatz irritiert, dadurch, dass er eben bildungstheoretisch funktioniert und das heißt prozessual orientiert. Bildungsprozesse in diesem Sinne werden als nicht abschließbar gedacht, in der biografischen Linie immer wieder aufgreifend, immer wieder mit Krisen- und Krisenbewältigungserfahrung zu tun haben und das ist etwas, was in diesem Sinne eben auch nicht einfach messbar ist, sondern nur qualitativ rekonstruierbar und so weiter. Was aber auch beispielsweise, und das spielt vielleicht auch eine Rolle für den Ansatz der Medienbildung, was beispielsweise im Kontext von Bildungspolitik sich nicht ganz so gut verkaufen lässt. Also, es lässt sich besser verkaufen, wenn man sagt, wir haben ein Programm, wir stellen Kompetenzen her und die können wir mit billigen Mitteln evaluieren, also mit einfachen quantitativen Verfahren evaluieren. Das ist mit dieser Art von Medienbildung eben nicht möglich und deswegen ist sie nicht, es ist gar nicht so, dass sie nicht irgendwie kommunizierbar wäre, aber sie ist schwieriger zu verkaufen, sag ich mal, im Rahmen von Projektanträgen als Ansätze, die versprechen, dass es ein klares, evidentes Ergebnis gibt, deren Zahlen man dann möglichst mit Metaforschung reagieren kann und dann kann man da ein politisches Steuerungsinstrument draus machen. Okay, zweitens, Medialität wird weniger als Gegenstand, schon auch, aber eben nicht nur, als Gegenstand oder Tool betrachtet. Natürlich sind mediale Dinge immer auch Tools, sondern eher als ein Infrastrukturphänomen, also als etwas, was Kultur konstituiert, mit der Idee, dass es keine Artikulation geben kann, also keine Äußerungsformen, also auch keine Bildungsprozesse ohne das Phänomen der Medialität und wenn man es nicht analysiert, man die auch nicht richtig verstehen könne. Und das führt natürlich dazu, zu dieser Medienobjektanalyse, Medienstrukturanalyse, die eben vorher nicht üblich war. Und drittens eben, ja, da habe ich es eben, die Betonung medialer Strukturanalyse, die dann eben mindestens ergänzend zu Nutzer- und Nutzungsparadigmen existieren. Auf der anderen Seite, innerhalb des Fachs Erziehungswissenschaft gibt es das Verhältnis zur allgemeinen Pädagogik, denn Sie haben gesehen, das ist die Grundlage dieses Medienbildungsansatzes. Und hier sind die, also während in der Medienpädagogik, wie ich finde, ein anfangs etwas irritierter, aber dann sehr fruchtbarer dialogischer Prozess in Gang gekommen ist, der sich auch dokumentiert hat, also in Publikationen mit Titeln wie Medienbildung oder Medienkompetenz, wo das also verhandelt wurde und auch sicherlich anregend letztlich gewirkt hat auf die Medienpädagogik. Es ist in der allgemeinen Pädagogik so, dass die, sagen wir mal, die Implikationen des Medienbildungsansatzes nicht so wünschbar, wie man sich das hätte denken oder wünschen können, eben gehört wurden. Das liegt nicht zuletzt, würde ich mal sagen, daran, dass in der allgemeinen Pädagogik ein sehr beinharter, buchkultureller Habitus existiert und man schlichtweg Tatsachen der Medialität auch nicht so unbedingt hören will. Also es kann schon mal sein, dass Sie eine Tagung zu dem Thema machen wollen bei einer bestimmten Kommission, die ich jetzt nicht benenne, in der DGFE und dann kriegen Sie zur Antwort, ja, aber wir haben da niemanden, der dazu was machen kann, also machen wir ja jetzt nichts mit Medialität in unserer sexuellen Kommission. Das ist ein schwieriger Prozess, an dem man immer noch arbeitet. Ich hatte gestern erst einen Vortrag vor der QBWF, der Qualitativen Bildungs- und Biografieforschung, um denen nochmal zu erzählen, wie grundlegend diese medialen Transformationen sind. Also, aber zumindest ist der Claim gesteckt. Einforderung systematischer Beforschung medialen Bedingungen von Orientierungs- und Artikulationsprozessen, Methodenentwicklung auf medienteoretischer Grundlage, das hatte ich dargestellt, wichtiges, wichtiges Feld und Betonung insbesondere der digitalen Transformation. Und das ist was, was Sie auch nochmal in den Studiengangsmodulen sehr, sehr stark betont sehen, was ein sehr wichtiger Aspekt auch der Umsetzung in der Magdeburger Lehre und ich glaube auch ein wichtiger Aspekt im Hinblick auf den Erfolg dieses Studiengangs darstellt. Okay, ganz kurz, das werde ich jetzt keinen Schreck kriegen, nicht erläutern, aber kann man auch gar nicht lesen, insofern ist das auch, glaube ich, okay, ich habe gleich nochmal einen Zoom in. Wenn man sich die Geschichte der Digitalität aber jetzt hier bezogen nur auf das Internet anschaut, dann sieht man, dass wesentliche Aspekte, wie hier die Einführung des World Wide Webs 1991, das Aufkommen des Terminus Blogosphere so ungefähr um 1998, die Wikipedia, wo ist hier jetzt genau, ich weiß gar nicht, irgendwo in den frühen 2000er Jahren. Und dann sehen Sie, dass die Einführung, also der Studiengangsmedienbildung unheimlich früh geschah, aus heutiger Sicht sieht man das, wahnsinnig früh, weil eben diejenigen, die daran beteiligt waren, schon in den 90er Jahren die Bedeutung dieser Transformation erkannt haben, während andere dachten, ach, dieses Internet geht bestimmt irgendwann wieder weg, das ist so ein Hype. Das hat man hier anders gedacht, in der Wissenschaft hat man immer auch mit solchen Wetten zu tun, in dem Fall wurde die Wette klar gewonnen, kann man sagen. Man sieht aber auch, dass das Paradigma der Medienbildung zu einer Zeit geschah, wo eigentlich fast alles Maßgebliche, was heute uns an digitaler Medialität beschäftigt, so noch gar nicht denkbar war und existierte. Das heißt, beispielsweise hängt das damit zusammen, dass man damals mit einem deliberativen, also sehr potenzialorientierten, sehr hoffnungsgetragenen Ansatz auf neue Medien schauen konnte und das hat sich inzwischen doch etwas verändert, mit solchen Stichworten wie jetzt Environmentalisierung, also die zunehmende Beherrschung von öffentlichen Räumen, Gebäuden und so weiter, durch Software, Sie sehen an dem ewigen Dilemma des Berliner Flughafens beispielsweise, der kann unter anderem deswegen nicht gebaut werden, weil das eigentlich eine Architektur ist, eine Materielle, bei der die Software im Zentrum steht und dann kommen die Steine und das ist ziemlich schwierig, also viele Softwares, die sich auch nicht gut miteinander vertragen und so. Also Datafication, die Fragen der Artificial Intelligence, Algorithmuskulturen, Aufmerksamkeits- und Affektökonomien, Stichwort Trump, Cambridge Analytica, Wahlmanipulation, Echokammern und all diese Fragen, Post-Truth, Post-Fact-Area, da stehen wir nun innerhalb von zehn Jahren. Das war ein ziemlich irritierendes Jahrzehnt für Medienbildungsforschende, kann man sagen. Und das hört nicht auf und ich denke, das hat viel mit den Potenzialen der Studiengangsentwicklung dann eben auch zu tun. Sowas wie Solutionismus, das kennen Sie möglicherweise, hoffe ich, aus Ihren Studiengangskontexten, digitaler Solutionismus, also die Welt auf das zu reduzieren, was sich umsetzen lässt, also was insbesondere zählbar ist. Wenn das global wird und das ist es inzwischen geworden, heißt es, dass etwas, was nicht zählbar ist, nicht mehr vollständig existent ist in dieser Welt. Also zum Beispiel auch nicht mehr hergestellt werden kann oder verkauft werden kann oder irgendwas. Das muss immer in einem Kontext der Lösbarkeit sein. Wir sehen, wo das pädagogisch hinführt, inzwischen in Pilotprojekten an chinesischen Schulen. Total Überwachung natürlich nicht gegen die Schüler, sondern im Sinne ihrer Optimierung. Die Chinesen haben nichts gegen ihre Kinder, im Gegenteil. Das ist eine sehr kindliebende, orientierte Gesellschaft, aber sie sind auch sehr bildungsorientiert. Und man optimiert das jetzt tatsächlich, indem man eben die Aufmerksamkeit misst und aber eben schaut, welcher Schokoriegel eine Stunde vorher gegessen wurde. Anhand der Chipkarten oder der Face-Erkennung in den Mensen. Und wenn dann halt die Konzentrationskurve abknickt, immer in einem bestimmten Fach kann man möglicherweise die Ursache mit Big Data und KI erkennen. Oder das ist eben auch die Zukunft AlphaGo Zero. Ich vermute mal, dieses Phänomen ist hier bekannt. Das Deep Learning, Deep Reinforcement Learning Netzwerk von Google. Beispiel, dass im Jahr 2017 ein Deep Reinforcement Netzwerk von Google, nämlich AlphaGo, aus dem Jahr 2016 in 100 Go-Spielen 100 zu 0 geschlagen hat. Und AlphaGo hat 2016 einen menschlichen Go-Großmeister, der als stärkster Go-Spieler der Welt für fünf Jahre galt vor kurzem noch, in vier von fünf Spielen geschlagen. Warum hat AlphaGo Zero ein Jahr später AlphaGo in 100 Spielen schlagen können? Ganz einfacher Trick, man hat den ganzen menschlichen Ballast weggelassen. AlphaGo wurde trainiert mit den 100.000 aufgezeichneten Go-Partien aus den letzten 5.000 Jahren, soweit man die rekonstruieren konnte, die in Datenbanken verfügbar sind. Go-Spieler und Spielerinnen sind ziemliche Nerds, kann man sagen. Also gibt es da viele Datenbestände. AlphaGo Zero hat man einfach nicht belastet mit den menschlichen Daten. So, dass diese menschlichen tausende Jahre von Kulturentwicklung im Spiel Go innerhalb weniger Tage von der Maschine von selbst entworfen würde und dann eben noch anderes mehr. Inzwischen lernt man von dieser Maschine, wenn man Go-Großmeister oder Gemeisterin ist. Eine andere Geschichte ist etwas, was ich technopolitische Subjektivation nenne. Jetzt hier ein Beispiel der autonomen Autos. Ich habe hier ein Papier des EU-Parlaments, wo Sie sehen, dass jetzt erstens anerkannt wird, seitens einer Resolution ist das ja, erstens anerkannt wird, dass AI could surpass human intellectual capacity. Davon wird ausgegangen jetzt in Bezug auf Gesetzgebung. Also wird man, wie Sie unten sehen, darüber nachdenken müssen, ob diese autonomen KI-Maschinen tatsächlich eine neue juristische Kategorie erfahren. Das heißt, Sie werden subjektförmig. Sie sind autonom und Sie werden dann irgendwie möglicherweise in ein Verantwortungsverhältnis hineingebracht. Ist irgendwie vielleicht möglicherweise Ihnen egal, was in einem EU-Papier steht. Das bedeutet aber, wenn Sie diese Technologien beim Autofahren nicht benutzen und Sie bauen einen Unfall, dann werden Sie gefragt, warum Sie das andere, leistungsfähigere technologische Subjekt nicht benutzt haben. Das ist der Punkt, um den es dann geht. Das heißt, Subjektivität wird zu einem Supplement, unsere Form von Subjektivität, wird zu einem Supplement in solchen Kontexten. Ziemlich unausweichlich. Und das, man sieht sozusagen, was die Medienbildung als Ansatz in den 2000er Jahren geschaffen hat, nämlich darauf hinzuweisen, dass Medien nicht nur so Gegenstände und Dinge sind, wie Tools oder Handys oder sowas in der Art, sondern ein Strukturphänomen. Das ist jetzt noch viel deutlicher sichtbar, als es damals war. Und damit würde ich sagen, dass die Relevanz des Medienbildungsansatzes jetzt noch viel deutlicher hervortritt, als in den 2000er Jahren und noch viel wichtiger wird. Also auch im Sinne einer Aufforderung zur Weiterentwicklung des Paradigmas und der Lehre natürlich im Sinne der Verschränkung von Forschung und Lehre. Und wenn ich jetzt damit ganz kurz gleich auch schließe, dann möchte ich einige Herausforderungen noch mal darstellen, die jetzt über diese Medien- oder technologieentwicklungsbezogenen Herausforderungen auch noch mal ein Stück weit eine andere Linie aufzeigen. Da geht es mir zum Ersten um sowas wie diskursive Turns. Sie haben ja gesehen, die Medienbildung hat stark mit Bildungstheorie, Kulturtheorie, Medienteorie zu tun und die verändern sich logischerweise. Also die verändern sich ziemlich schnell, weil diese Diskurse natürlich forschen, sich aufeinander beziehen und so weiter. Und so haben wir beispielsweise, um jetzt eins herauszugreifen, an der Stelle den Material Turn in den 2000er Jahren gehabt. Das heißt, die Einsicht, dass die Abstraktion von Materialität eigentlich nicht zu der gewünschten Präzision in der wissenschaftlichen Erforschung von Phänomenen führt. Wenn Sie aber jetzt die Filmanalyse beispielsweise betrachten, so wie sie eben eingeführt ist, dann ist es diesem filmanalytischen Ansatz von Bordwell-Thompson egal, ob Sie das auf einer DVD gucken oder ob Sie das auf Zelluloid schauen oder so. Der Material Turn, können Sie nachlesen, beispielsweise in dem sehr schönen Buch von Sean Cubitt von der Goldsmiths University, Finit Media. Der Material Turn ist da eine Herausforderung für solche Ansätze, die die Materialität nicht systematisch beachten. Das gilt natürlich auch für Digitalität. Wenn wir Digitalisierung betreiben, wir vergessen aber, dass wir dann in die Schulen irgendwie kiloweise seltene Erden hineintragen, die nach fünf Jahren veraltet sind oder nicht mehr funktionieren, dann ist das auch ein Problem sozusagen, vermittelt der Medienbildung, wenn es auch nicht theoretisch konsistent anbindbar ist. Das heißt, Postkolonialität wäre ein anderes großes Thema, Space Returns teilweise verarbeitet. Sowas wie Planetarismus, Planetarismus-Diskurs ist eine große Chance für den Medienbildungsdiskurs, denn diese digitale Medialität ist planetarisch. Das heißt, es wäre eine Chance, auf diese Relevanz sozusagen zu erkennen. Es ist häufig in der Pädagogik und in der Medienpädagogik so, dass sie sehr relevante Themen hat, die aber nicht tatsächlich nach außen kommuniziert, sodass das nicht erkannt wird. Und deswegen im Übrigen sitzen bei Fernsehdiskussionen immer Spitzer oder Pfeiffer und selten Medienpädagoginnen rum. Das ist ein Problem der Medienpädagogik, nicht der Medienbildung. Zweitens Forschungsbedarf. Ich denke, dass hier inter- und intradisziplinäre Verbundforschung, tatsächlich, und das zeigt ja die Studiengangsanlage und schon die ganze Anlage der Magdeburger Medienbildung, tatsächlich der Weg ist, den man gehen soll. Aber man muss ihnen dann auch gehen und das ist zu wenig passiert. Also ich bin ja ein Teil dessen, insofern ist das auch Selbstkritik. Das ist immer sehr aufwendig und schwierig, solche interdisziplinären Projekte, Projektanträge hinzukriegen, weil man erstmal die Leute finden muss, die das verstehen, was man sagt und so weiter. Aber das ist nötig. Ich glaube, es ist nötig mit Informatik und Informatikdidaktik tatsächlich auf einer Drittmittel, also heutzutage ist die starke Forschung eben, weil die Unis das nicht grundfinanzieren, eben immer eine drittmittelfinanzierte Forschung. Ich glaube, es ist wirklich nötig, da zu versuchen, etwas auf die Beine zu stellen. Ich bin ja persönlich jetzt rübergewechselt gewissermaßen von der Medienbildung in die kulturelle Bildung und habe dort, ich habe das ein bisschen dargestellt, mit diesem Paradigma ziemlich erfolgreich dieses Verständnis für Digitalisierung in diesen Diskurs hineinbringen können. Und deswegen gibt es dann da jetzt ganz viele interdisziplinäre Projekte, wie eben zum Beispiel mit der Medienpädagogen, der Kunstpädagogen und so weiter. Da ist ein großes Potenzial, das angelegt ist und das der Medienbildung, glaube ich, gut zu Gesicht stünde. Und natürlich innerhalb der qualitativen, insbesondere der qualitativen Bildungsforschung, die immer noch nicht so ganz gelernt hat und sie könnte gerade von der Magdeburger Medienbildung eben auch lernen, wie man eigentlich mediale Phänomene erforscht, ohne Medienwissenschaftler zu sein. Also man kann das auch, wenn man da nicht tatsächlich den ganzen Studiengang vorher absolviert hat. Okay, das wären so Forschungsbedarfe. Auch die genuinen Forschungsfelder sollten gestärkt werden, also Weiterarbeit an Bildungs- und Medialitätstheorien, an der Verschränkung. Das geschieht ja intensiv, in der Tat. Und das ist gut so, Weiterarbeiten an der Methodenentwicklung und Weiterarbeiten an der Empirie. Und ich denke, hier insbesondere müssen eigentlich Felder wie Game Studies oder Indie-Gaming als Kunstform in dem Fall, also Indie-Gaming als künstlerische Lebensweise und so weiter, das kann man sogar ethnografisch machen, in den Blick geraten. Hier sind wahnsinnige Stärken, die absolut nicht geborgen sind, in einer Zeit, wo der Digitalisierungshype einem das eigentlich sehr leicht macht. Und das ist sozusagen, da muss man noch, glaube ich, wirklich versuchen nachzufassen. Comic Studies wäre zum Beispiel auch mal noch so ein schönes Thema. Gestern mit Klaus Sachs-Hombach über Comics kurz gesprochen. Total spannendes Feld. Herausforderungen, weil es, glaube ich, wie Filmanalyse funktioniert, nur ohne Technik. Und das ist ganz interessant nochmal so als Forschungsfeld. Gut, Herausforderungen für die Zukunft. Da sehe ich auf der einen Seite aus leidvoller Eigenerfahrung den Digitalisierungshype in der Bildungsforschung. Wir können natürlich sagen, ist doch gut für die Medienbildung. Nein, ist es aber nicht unbedingt, weil damit eben Player auf den Markt kommen, auf den Diskursmarkt sozusagen, die eher mit, häufig eher mit Versprechungen als mit Substanz arbeiten, aber dieselben Begriffe benutzen. Wenn Sie mal schauen, wie Medienbildung benutzt wird als Begriff, da kann einem eher schaurig werden. Wenn dann die Politik und die Stakeholder nicht wissen, dass es hier gehaltvolle Ansätze gibt, wo schon sehr viel forschungsseitig aufgezeigt wurde, dann glauben die das einfach. Und das heißt, das Problem ist, dass der Hype Menschen oder Diskursakteure in das Feld bringt, die einfach das Label benutzen und es dadurch furchtbar verwässern. Und dann ist es irgendwie alles so nix. Dann ist Medienbildung irgendwie E-Learning und Medienbildung ist irgendwie Medienerziehung und Medienbildung ist irgendwie, ja, irgendwie irgendwas, was man im Internet macht, wenn man irgendwie twittert in einem Klassenraum oder so, ist dann irgendwie alles Medienbildung. Das ist schlecht, glaube ich, jedenfalls für unseren Standpunkt. Zweitens, Herausforderung, tatsächlich Anerkennung im Fach als Querschnittsmoment. Es gibt die Medienpädagogik, das hat aber im Fach Erziehungswissenschaft dazu führt, dass man das ganze Fach sozusagen sagt, es gibt ja die, die sollen das erledigen. Das sind die Nerds, die sollen das machen. Das muss man ändern. Und eine größere Anerkennung außerhalb, ich habe gerade Spitz und Pfeife erwähnt eben, in medienwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Diskursen, aber auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das ist auch etwas für den Ansatz, woran man aber kann, in dem Fall natürlich nicht, warum eigentlich nicht, auch für den Studiengang, denn der macht ja die ganze Zeit Öffentlichkeit. Okay, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.